Wann warst Du das letzte Mal einen ganzen Tag komplett ohne Druck, tiefenentspannt? Wenn Du darüber jetzt nachdenken musst, dann ist die heutige Folge genau richtig für Dich. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Big Bang Live, Dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin Lehrerin für Lebenskunst und Expertin für Körpersprache und berate Unternehmen seit 1999. Ich bin Mama, ich bin, ich bin, ich bin und sicherlich könntest Du auch sagen, Du bist, Du bist, Du bist. Und da beginnt die ganze Geschichte mit dem Druck. Wir haben sehr, sehr viele Rollen in unserem Leben, die wir auszufüllen haben. Und jede Rolle wollen wir besonders gut ausfüllen, aber es geht natürlich nicht gleichzeitig. Das ist so ein Grund, warum wir ganz schnell in Dauerdruck geraten. Und ich habe Dir hier aufgenommen, eine SOS-Folge mit den drei wirklich super Tools. Die sind, ich finde die großartig. Wenn Du davon nur eins umsetzen kannst, nur eine Methode, würde ich das Lichtjahre nach vorn bringen. Und habe dafür extra auch international recherchiert. Also habe mal geschaut, wie sieht das aus in Dänemark, wie sieht das aus in Japan und wie sieht das aus in Rie. Und vielleicht, wenn Du das letzte noch nicht kennst, das löst sich auf. Da aber Druck ganz oft verbunden ist mit Zeitknappheit, setze ich Dir hier auch in dieser Folge Timecodes, sodass Du schauen kannst, zum Beispiel auf meine Website www.sickefritsche.de oder bei YouTube direkt unter, also in den Shownotes direkt unter dem Video, kannst Du auch schauen. Ah, da ist das erste Tool, das zweite, das dritte, sodass Du auch zielgerichtet reingehen kannst, ohne den ganzen Podcast zu hören, wenn Du gerade keine Zeit hast. Aber gerade dann, und das ist das Verrückte, sollten wir uns ja Zeit nehmen, wenn wir so unter Druck sind. Wenn Du es eilig hast, gehe langsam, ist eine der ältesten Ratschläge der Welt, kommt glaube ich aus dem asiatischen Raum. Und ja, leicht gesagt. Und, klappt? Nein, klappt nicht. Und natürlich kann es nicht klappen, weil wir, wenn wir unter Druck sind, uns in einem Zustand von Geisteskrankheit bewegen. Und es ist tatsächlich so, wir sind da nicht ganz bei uns, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in unserem Gehirn spielt dann komplett die Amygdala verrückt. Der älteste Teil in unserem Gehirn, das Reptilien-Gehirn, freut sich, macht einen riesen Konfetti-Party. Hey, es ist Druck-Time, juhu! Weil das bedeutet Angst, ne? Das Gefühl hinter Druck ist Angst, ist enge. Wenn Du mal bei Dir schaust, wenn Du sagst, ich bin unter Druck, denk mal diesen Satz einfach nur und schau mal, wo Du ihn spürst. Ich würde ihn an der Kehle spüren. Manche spüren es als Druck auf dem Herzen oder im Bauch oder auf den Schultern, im Rücken. Das ist ganz individuell verschieden, denn unseren Druck leben wir auch verschieden aus. Und wenn Du langfristig Deinem Druck auf die Spur kommen willst, dann müsstest Du natürlich Dir andere Fragen stellen. Dann müssten wir nochmal in die Tiefe gehen, an welcher Stelle Du dagegen Dich arbeitest. Also wie gehst Du dann um mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Lebensbereichen, mit bestimmten Menschen und so weiter. Also jeder hat das so seine Lieblingsdrucksituation, an der wir irre werden. Das Problem an Druck ist, dass es uns nachhaltig krank machen kann. Also es blockiert unseren Stoffwechsel, viele Übergewichtsprobleme hängen mit zu viel Druck zusammen, mit zu viel Stress. Es blockiert unsere Kreativität, das genau für Menschen, die in Berufen arbeiten, wo sie viele Ideen brauchen, eine Katastrophe. Und was für uns alle schwierig ist, es verformt unseren Charakter. Also Druck unter Druck bringen wir auf Garantie nicht die besten Seiten in uns zum Klingen und sind da auch nicht so ein riesiges Geschenk an unser Umfeld. Also insofern gibt es eine ganze Menge an Gründen, warum Druck aus unserem Leben raus sollte. Das Erste, was wir natürlich merken, ist, wir verlieren die Lebensfreude, wir haben nicht mehr Spaß an Sachen. Und Dauerdruck kann uns sogar süchtig machen und in Depressionen hinein schleudern. Das sind aber alles schon tiefer liegende Fragen, die heute hier nicht so eine große Rolle spielen sollen, aber die dir schon mal sagen dürfen, wenn du da langfristig raus möchtest, geh an diese Fragen ran, die ich dir jetzt hier gerade schon mal genannt habe. Und wenn du da eine tiefer gehende Beratung wünschst, kannst du dich auch gerne an mich wenden, schreibst einfach eine Mail, fragen.fritschecoaching.de und dann setze ich mich mit dir in Kontakt und dann können wir schauen, dass wir für dich eine ganz individuelle Strategie entwickeln, damit du einfach in dieses Leben hineinkommst, was du dir wünschst. So, jetzt aber drei SOS-Tools und hier geht es los, die jeder und jede, die du jetzt sofort nutzen kannst. Und ich freue mich riesig auf diesen Podcast, weil ich jetzt schon weiß, dass er so vielen sehr helfen wird und ich hier aus meiner Schatzkiste der tausend Tools mal drei rausgeholt habe, die ich auch selbst anwende und die wirklich wunderbar sind. Dieser Podcast geht ja um die besten Tools für Herz, Hirn und Körper, um einen perfekten Neustart hinzulegen für sich selbst. Und perfekt bedeutet in dem Sinne nicht dieser Perfektionismus, diese Optimierungswahn, sondern perfekt bedeutet, was für dich sich richtig anfühlt. Ja, das Unperfekte ist ernährend das Perfekte. Also schauen wir mal, für den Körper, was ist denn hier ein riesiges, ja ein riesiges Tool, was uns aus dieser Schlinge rausholt von Druck. Denn eins ist nochmal ganz wichtig zu wissen, bevor wir hier starten. Wenn du im Druck bist, wirst du keine Lösung finden, wie du aus dem Druck rauskommst. Weil wie gesagt, unsere Amygdala im Gehirn, unser Reptilien-Gehirn ist hyperaktiv und verseucht unser Gehirn mit Angsthormonen, sodass wir nicht richtig denken können. Denn unser Neokortex, der uns ganz viele intelligente Lösungen vorschlägt, ist unter Druck so ein bisschen wie Donröschen. Schläft ein. Zack. In meiner Geschichte, in meinem Märchen schnarcht Donröschen. So, also wie kriegen wir uns dann wieder aus? Diese Katze beißt sich in den Schwanz, aus dieser Drehung heraus. Mit dem einfachsten Tool der Welt, mit Atmung. Und es gibt einen Dänen, der hat eine Atmung entwickelt, die uns in einen Superhuman-Zustand hinein entwickeln lässt. Das heißt, wie können wir mit 10 Minuten Atmung am Tag, also einer ganz bestimmten Atmung, dauerhaft und bereits nach zwei Wochen, also so lange müsstest du schon mal durchhalten, dauerhaft aus dieser Dauerdrucksituation eine Lösung schon mal finden, um wieder normal, in Anführungsstrichen normal zu werden. Also was ist normal? Norm ist für dich, wo deine Mitte ist, wo du bist, ist die Norm. Wo du bist, ist vorne, sozusagen. Und entwickelt hat es einen Däne, Stieg Severinsen, der ist Mediziner. Und hat mit dieser Atemmethode auch Elite-Soldaten geholfen, körperlich fitter zu werden, sich besser zu konzentrieren und eine größere psychische Resilienz zu entwickeln. Und deshalb möchte ich das mit dir teilen, denn es ist eine Atmung, die führt zu mehr Sportlichkeit, also du hast eine bessere Kondition, du kannst dich besser konzentrieren und du fühlst dich besser. Du bist entspannter und darum soll es ja hier gehen. Okay, also wie geht das? Ich habe mir das nicht nur genau angeschaut, sondern ich habe das auch ausprobiert, habe auch diesen Menschen nochmal nachrecherchiert, dass das auch einer ist, auf den wir vertrauen können. Und diese Däne ist auch noch Rekordhalter im Luftanhalten. Der kann 22 Minuten die Luft anhalten. 22 Minuten. Du kannst ja mal, während du den Podcast jetzt hier hörst, auch mal die Luft anhalten und schauen, wie lange du das schaffst. 22 Minuten wäre das Ziel. Nein, beim Luftanhalten passiert was ganz Tolles im Blut. Auf Dauer verändert sich unser Blut so, dass wir ein stärkeres Abwehrsystem entwickeln. Also gute Atmung reduziert enorm unser Stressrisiko. Also die Stressfaktoren aller Erkrankungen werden reduziert, ergo Immunsystem wird gestärkt. Gerade in diesen Zeiten natürlich ein Top-Tool. So, wie geht der ganze Spaß jetzt? Also normalerweise, die meisten Menschen atmen im Zick-Zack. Ein-Aus, 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 ein-Aus. Und je mehr wir im Stress sind, desto kürzer wird diese Frequenz von einem aus. Also wie so eine Zick-Zack-Linie ist das. Und ich hatte letzte Woche ein Coaching im Wald, diesen zwei Meter Abstand und habe genau diese Atemfrequenz da auch beobachtet. Bei einem Coach, bei einer Kundin von mir, die eine sehr anspruchsvolle Arbeit hat, die da auch sehr, sehr viel zu denken und zu analysieren hat und auch noch Menschen zu führen hat. Also auch eine Führungsposition ist und auch gerade jetzt in den besonderen Zeiten natürlich da nochmal eine zusätzliche Anspannung hat. Und da habe ich diese Beatmung auch beobachtet. Die ist zick-zack, 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 zick-zack. So, und meistens dann auch im Brustbereich, sozusagen unsere Zwerchfelle hat dann schon fast gar nichts mehr zu tun. Und das erhöht natürlich noch den Stresswert. So, also was können wir machen? Nimm jetzt mal deinen Finger und fahr mal wie so eine sanfte Welle nach oben und nach unten. Mach das mal nach oben und nach unten mit dem Finger durch die Luft. Genau. Und jetzt setz mal an und atme mal mit. Wir atmen ein, ganz langsam. Jetzt bist du oben auf der Welle, stell dir das dir vor wie eine Welle. Halt die Luft an. Halt an. Und ganz langsam ausatmen. Halten wieder die Luft. Halten, wenn die ganze alte Luft raus ist. Sehr gut. Und jetzt wieder ganz sanft, als würdest du eine Welle hinaufatmen. Oben auf der Wellenspitze hältst du an. Das ist eher so eine Rundung. Und wieder nach unten. Wenn du dich vielleicht erinnerst in der Schule, so eine Sinuskurve. Wenn ich dann guck mal ins Netz, wie eine Sinuskurve aussah. Und atme einfach diese Sinuskurve entlang, dass du in den Tälern anhältst und nach oben beim Einatmen auch ganz langsam, halbe Geschwindigkeit, Viertelgeschwindigkeit, so langsam du kannst. Halten und wieder aus, 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 halten. Das machst du bitte am Tag 10 Minuten. Und du kannst es auch verteilen über diesen Tag. Das kannst du machen, wenn du, keine Ahnung, einen Brief zum Briefkasten bringst. Falls du noch Briefe schreibst. Wenn du spazieren gehst, ist es optimal. Wenn du telefonierst und hörst jemandem zu. Und das ist vielleicht ein Vielredner. Kannst du das auch für dich einbauen. Nutz das. Mach dir da ein kleines Kärtchen. 10 Minuten. Diese Wellenatmung. Das ist der erste ganz heiße Tipp, ja, für wie wir unseren Körper nachhaltig durch diese Atmung aus diesem Dauerdruck rausführen. Denn über den Körper rauszugehen ist die einfachste Variante. Zweite Geschichte. Die kannst du, also die erste kannst du halt so einbauen. Für die zweite Geschichte bräuchtest du ein bisschen mehr Zeit. Dafür ist es ein Tipp, ein Tool, der wirklich dein Leben verändern wird, wenn du es regelmäßig einsetzt. Und jetzt ist ja früher und deshalb die allerbeste Jahreszeit. Aber ehrlich, auch im Winter gibt es keine Ausrede für diese Top-Methode, die ich hier dem Herzen gewidmet habe. Und diese Methode kommt aus Japan und heißt Shinrin-Yoko. Shinrin-Yoko wird sogar gelehrt in Tokio an der Nippen Medical School. Und Professor Ying-Li ist dort Professor für Waldmedizin. Das heißt, eine ganz seriöse, das ist schön, dass man hier immer betonen muss, sind wir nicht alle ein bisschen auch lustig. Das ist ja immer seriös und nicht seriös. Ganz ehrlich, was hilft, hat Recht. Und die Natur ist der größte Lehrmeister von jeher. Und hier ist eine, also Waldbaden heißt die Übersetzung von Shinrin-Yoko. Und Waldbaden wird in Japan direkt als Medizin verordnet. Warum? Weil es unser Immunsystem in frappierender Weise, in kürzester Zeit wieder in Ordnung bringt. Aber es geht hier um was anderes. Es gibt nichts, was dich so sehr und nachhaltig aus dem Druck rausholt, wie ein Waldbad. Und da gibt es drei Punkte, die du da bitte beherzigst. Die erste Geschichte ist, vier Stunden brauchst du, wenn du nachhaltig und lange unter Druck warst. Denn nach vier Stunden schaltet unser System auf einen Reset-Knopf. So ähnlich wie beim Computer, wenn der überlastet war. Ja, wenn das Programm immer wieder hängt. Du kommst also komplett einmal wieder ins Reset. Dein ganzes System, deine ganzen Organe arbeiten wieder normal. Dein Blutdruck beruhigt sich, dein Herzschlag. Aber du entwickelst da eben auch das erste Mal, ist es ein Entstressungssystem, ein Entsäuerungssystem. Dein Körper arbeitet wieder basischer. Aber es geht noch um was anderes. Wenn du das regelmäßig machst, entwickelt dein Körper Killerzellen. Und Killerzellen ist wie deine innere Armee gegen Infekte. Aber da komme ich ein Stück später dazu. Was sind jetzt erstmal diese drei Regeln fürs Waldbaden? Die erste Geschichte ist, geh allein. Kein Handy, keine Freundin zum Schwatzen, kein Freund, kein Mann. Allein. Vier Stunden. Allein. Und die zweite Regel ist, werd bitte nicht müde. Das heißt, wenn du merkst, du wirst ein bisschen müde, raste. Sofort. Also nimm dir eine kleine Decke mit. Oder ich habe immer so ein kleines Sitzkissen dabei. Du kannst auch, wenn du besonders erschöpft bist, dir einfach einen Lieblingsbaum suchen und da auch erstmal eine Stunde ruhen. Ja, oder auf der Wiese oder wo auch immer. Wichtig ist, geh wirklich in eine sehr waldreiche Gegend hinein. Denn Parks sind ein super Einstieg in diese Geschichte. Je weniger Menschen, desto besser. Und wenn du Menschen begegnest, bleib ganz bei dir. Ja, geh nicht in Kontakt. Du kannst freundlich lächeln. Aber bleib bei dir. Denn es geht hier um etwas anderes. Es geht darum, dass du wieder in deine Sinne zurückkommst. Sinne und Sinn sind Geschwister. Wenn du komplett in deinen Sinnen lebst, lebst du auch in deinem Sinn. Und im Wald wird sozusagen das Herz, dein Gefühlssystem auch resettet, was sehr eingeschränkt ist in den Gefühlen, wenn du unter Druck lebst. Denn dann kennen wir tatsächlich meist nur Angst, also als Grundgefühl. Das ist die Wurzel von Druck. Also Angst, etwas nicht zu schaffen, Angst, nicht in Time zu sein, Abgabetermin nicht zu schaffen, Angst, 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 schaffe ich das nicht, schaffe ich das bis dann und so weiter. Und Entspannung, Angst, Entspannung, Angst, Entspannung. Und diese Entspannung äußert sich aber unter Druck ganz oft in Süchten. Also zur Entspannung dann eben einen über den Durst trinken oder schnell nochmal eine Zigarette reinziehen. Oder abends eben nicht rausgehen, sondern stattdessen einen Film schauen, einfach immer runterzukommen und gar nichts einzuwenden gegen einen schönen Film. Aber hier geht es darum, was hilft dir langfristig aus dem Druck rauszukommen und was ist eine SOS-Maßnahme. Und insgesamt, wenn du einmal resettet hast, dann reichen schon zwei Stunden pro Woche, um diesen Status aufrecht zu erhalten. Ich selber brauche am Tag mindestens eine Stunde im Park, im Wald und richte mir das auch ein und wenn es früh um fünf ist, weil es, dort gibt es etwas, was du nirgendwo findest. Für Natur gibt es keinen Ersatz. Und man weiß selbst in Krankenhäusern, dass Patienten, die am Fenster liegen mit Blick zu einem Baum, dass die Wunden schneller heilen. Das ist ja kein Hokuspokus, sondern es bedeutet einfach, Heilung ist ganzheitlich. Und wenn wir alles mit einbeziehen, heilen wir auch schneller. Und was wird also im Wald wieder reaktiviert? Unser Riechsystem, wir riechen zu wenig im Alltag, hier sind ja keine richtigen Gerüche im Alltag, die natürlichen Ursprungs sind. Schmecken, fühlen und es passiert etwas anderes. Wir beobachten, indem wir langsam laufen und es wie so ein langsamer Fluss die Natur an uns vorbeizieht, begreift unser System, ohne dass wir darüber nachdenken. Das heißt, wir können es sozusagen, wir herzen, wir hirnen nicht mehr, sondern wir herzen im Wald. Und durch dieses Herzen begreift unser System, dass das Leben nicht starre ist, denn Druck ist starre, sondern im Fluss ist. Und plötzlich fangen wir an, uns einfach, grundlos gut zu fühlen. Und das passiert eben in diesen vier Stunden. Und wenn du schon sehr lange unter Druck bist, geh davon aus, dass du vielleicht in der ersten halben Stunde auch nochmal richtig so Gehirn und Herz, dass das alles dir eigentlich zu viel ist. Und du denkst, ich muss doch jemanden anrufen, ich muss doch jetzt, muss doch noch, muss doch. Und beobachte einfach, wie die Seele sich da auskotzt. Sorry, dass ich das mal so sage, aber es ist ein seelischer Auskotzungsprozess. Und manche haben sogar Angst, alleine im Wald unterwegs zu sein, was ein bisschen irre ist. In der Großstadt haben wir, wo jederzeit irgendjemand was machen kann, haben wir keine Angst, aber im Wald. Und diese Angst ist ein bisschen irrational, macht aber nichts, wenn es dir so geht. Dann läufst du einfach an einem Fluss entlang, wo du weißt, da kommen immer mal Menschen dir entgegen, also wo du ein bisschen freiere Sicht hast. Auch das ist eine Variante. Fang einfach an. Also da die Grundregel, wer damit beginnt und schafft das für drei Tage einmal im Monat vier Stunden. Anders gesagt, vier Stunden für drei Tage pro Monat. Schafft sich ein 30-tägigen Schutz, der Körper fängt an, ein wunderbares Immunsystem hochzufahren. Und das dient der Gesunderhaltung. Es wird nicht Sachen, die du hast, wegmachen, aber es dient deiner Gesunderhaltung in einem unglaublichen Ausmaß. Stell dir vor, du hast jetzt wie ein Schutzschild. Es ist ein unsichtbares Schutzschild. Und es holt dich komplett aus dem Druck raus. Also vier Stunden Waldbaden. Regel eins alleine. Regel zwei, wenn du müde bist, raste. Regel drei, trinken. Ja, nimm dir bitte immer Wasser mit. Das ist ganz wichtig. Übrigens, lass uns jetzt mal einen Schluck trinken gemeinsam jetzt gleich. So. Und das dritte Tool. Das Hirn. Und ich sagte ja, es gibt eine, hier in dieser Podcast-Folge, Tools sozusagen als kleine Stippvisite auch in die Welt hinein. Und das erste Tool kam ja aus Dänemark als Tipp. Also von einem Dänen. Das zweite aus Japan. Und der dritte Tipp kommt aus Nri. Und Nri wohnt in uns. Das ist nämlich unser Hirn. Nur rückwärts ausgesprochen. Ja, manche muss ich ein bisschen rumspinnen. Und das bedeutet tatsächlich, wenn du aus dem Druck rauskommen möchtest und willst, dann musst du dein Gehirn verwirren. Denn unser Hirn verkantet und verhirnt sich. Ja, wir hirnen sozusagen in eine verkantete Richtung, wenn wir unter Druck sind. Und das Einzige, was wir da machen können, ist unser Gehirn ein Stück ausdricksen und andersrum hirnen. Und das machen wir, indem wir eine nicht zweckmäßige Sache ausführen. Um es mal für diejenigen, die so ein bisschen eher pragmatisch sind, eine nicht zweckmäßige Sache ausführen. Was kann das sein? Das kann sein, Gartenarbeit, dass du da irgendwas zupfst. Ja, also so, so. Du wirst jetzt sagen, das hat ja einen Zweck. Aber wo du, wo es jetzt nicht darum geht, ob du jetzt 8 Unkraut Dinge rausjätest oder 27, sondern wo du einfach mal so losmachst. Und wo Zeit jetzt auch nicht so eine Rolle spielt. Das wäre auch wichtig zu sagen. Was sehr schön unzweckmäßig ist, ist Mantra auszumalen. Das sind diese, kennst du vielleicht noch aus der Kindheit oder von deinen Kids oder deinen Enkeln. Dieses Ausmalen eines Mantras bringt uns absolut in die Mitte zurück. Das hat auch einen Grund, nämlich wir werden durch eine unzweckmäßige Tätigkeit, wird unser Gehirn zurückgebeamt in die Gegenwart. Und in der Gegenwart, im Moment, gibt es keine Angst. Angst existiert und Druck immer nur, wenn wir nach vorne denken, was ist morgen oder zurückdenken, was war gestern. Und damit unser Gehirn sich mal ausruhen kann, müssen wir es zurückholen, dürfen wir es zurückholen in die Gegenwart. Und da ist Mantra eine ganz sichere Sache, auch Stricken, ja all diese Dinge, wo du in so eine Art Gedankenflow kommst und deine Gedanken irgendwo sind und du machst einfach drauf los. Wenn du jetzt sagst, ach Gott, ich habe sowas gar nicht, so ein Mantra. Wir hatten das in der Sommerakademie, hatten wir so die zwölf besten Rituale, um eine gute Struktur zu kommen und da gab es auch das Ritual der Stille und da war ein Mantra mit dabei. Wenn du also keins hast, dann schreib mir eine Mail, dann schicke ich dir dieses wunderschöne Mantra zu, dann kannst du das ausmalen, auszeichnen, in deine Art und da einfach mal in die Ruhe kommen. Denn es ist ganz wichtig, dass unser Gehirn sowohl hochanspruchsvoll denken darf und richtige, fette Bombenprobleme auch knacken darf und Lösungen finden darf und gleichzeitig auch komplett entspannt und frei und in der Leichtigkeit wieder in die Kraft kommen darf. Und deshalb ist es kein Zeichen von Intelligenz, die Leichtigkeit des Lebens zu missachten, das Spiel zu missachten, dieses Ausmalen eines Mantras. Ich weiß noch, wir hatten einen Geschäftsführer unter anderem dabei letztes Jahr in der Sommerakademie, der hat mich erst so angeguckt, wie, meinen Sie das jetzt ernst? Und hat er hingebungsvoll gemalt. Also das sind natürlich so Dinge, die ganz oft, wenn wir so sagen, der Ernst des Lebens beginnt. Ja, vielleicht beginnt jetzt auch die Heiterkeit des Lebens und die Leichtigkeit, denn die brauchen wir in anspruchsvollen Zeiten besonders. Also wenn wir traurig sind und angespannt, wird es auch nicht leichter, ganz im Gegenteil. Und darum geht es ja hier. Also, was passiert? Wir kommen, wenn wir unser Hirn entkannten in die Kohärenz, das heißt, unser Gehirn und unser Herz sind gleichzeitig. Das passiert auch, wenn wir schreiben, wenn du ein Tagebuch schreibst, weiß man ja, dass das eine fast, nicht fast, sondern dass das komplett eine therapeutische Wirkung hat, ähnlich einer Verhaltenstherapie. Wenn du tanzt, also wenn du in den Moment kommst, wenn du singst, auch wenn du zum Beispiel gerne Billard spielst, auch völlig in Ordnung, es sei denn, du willst jemanden bezwingen. Also wenn es eine Challenge wird, dann kommst du wiederum aus diesem Flow raus. aber alles, was du tust, um es zu tun, ist in dem Lande Nri, herzlich willkommen, ja, im Hirnland, dass wir einfach mal andersrum stellen, unser Gehirn zu verwirren, um wieder in der Gegenwart anzukommen. So, du Liebe, du Lieber, das waren meine drei Top Tools, damit es heißt, raus aus dem Druck. Nimm einfach das, was dir jetzt am meisten und zusagt. Ja, du wirst so eine Intuition haben und lauf diese Intuition hinterher. Mach nicht alle drei schon wieder, weil das ist schon wieder, oh mein Gott, das ist super, da mache ich jetzt gleich. Nein, mach nur eins und auch deshalb habe ich dir ja diese Timecodes gesetzt, dass du dann wieder zurückkehren kannst und sagen kannst, ach, heute ist mal Waldbaden dran und wie war das nochmal mit der Atmung, das höre ich mir nochmal genau an und dann kannst du für dich wirklich Stück für Stück und ganz entspannt aus diesem Dauerdruck wieder rausfinden in ein Leben, wo du immer wieder ganz bewusst einbaust die Zeiten, wo dein Herz, dein Hirn und dein Körper atmen kann. Also, die drei Top Tools waren hier, erstens Atmen, ja, wie wird man ein Superhuman einfach, indem man seine Atmung umstellt, nämlich es verbessert sich unsere körperliche Kondition, wir können uns besser konzentrieren und wir können, wir fühlen uns besser, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wir kommen raus aus dem Dauerdruck. Zweiter Punkt war das Waldbaden und das dritte war das freudige Hirnen und wenn du eine persönliche Strategie für dich wünschst, für dein Leben, dann wie gesagt, schreib mir, meld dich und dann arbeiten wir sehr, sehr gerne zusammen, auch immer wieder in der Kombination mit Waldbaden, gerade in dieser Jahreszeit, weil ich dann ganz gerne die Problemlösung verbinde, damit, dass Menschen gleich mal in diesen Genuss von, ich fahre komplett runter, also kommen aus dem Coaching raus und sagen, oh mein Gott, ist es wahr wie, ich komme mir vor, als bin ich, ich weiß gar nicht, ich bin ganz ruhig, ja, das ist aber dann sozusagen der Nebeneffekt, der Hauptpunkt sollte sein, wo ist der Schlüssel für dein Problem und der liegt manchmal, wenn wir das Coaching vier Stunden in den Wald verlegen oder eine Stunde, je nachdem. So, also was auch immer du auf dem Herzen hast, melde dich gerne, wenn du nochmal das Mantra haben willst, kostenfrei schicke ich dir das gerne zu, wenn du schon mal loslegen willst, alle Fragen zu mir, wenn es um dieses Thema geht, wie kann ich mich am besten für den Neustart vorbereiten, was, ja, was, wie kann ich diese Ausstrahlung, und das will ich auch nochmal ganz, ganz am Ende hier betonen, das ist ein kleiner Disclaimer, mich erreichen so viele Nachrichten, die sagen, Silke, wie komme ich denn in so eine Ausstrahlung, ich möchte eine faszinierende Ausstrahlung, ich möchte Charisma haben, ich möchte gerade jetzt in dieser Zeit, wo auch viel mehr die digitalen Medien benutzt werden, möchte ich auch mit der charismatischen Ausstrahlung nach vorne gehen und da kann ich dir einfach sagen, Druck hilft gar nicht, Charisma kommt von Charakter, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, Charisma kommt von Charakter und auch das verbessert sich natürlich immens, wenn wir die Neustartkompetenzen immer mehr in uns ausprägen, immer mehr in ein neues Ich hineinwachsen. So, ein Schritt nach dem anderen, danke für deine Zeit, du bist so gefreut, dass du mich begleitet hast, schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat, hinterlass mir einen Kommentar, like das auch, wenn du sagst, das war toll, dann weiß ich das und vor allem, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, oh mein Gott, er oder sie ist noch ständig im Druck, leite es weiter, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, deine Silke und ein Lächeln.